Hallo! Heute geht's mit einem Video. Hier ist Giovanni. Ich bin Francesco. Ja und heute tun wir eine Runde. Wir machen ein Lied mit diesem, wer kennt es nicht, von Standardskill. Mit einer Runde Battle Royale heißt das Lied. Und wir singen das heute, wer besser singen kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Okay Leute, wir sind hier in der Höhle eingesperrt. Unten in der Beschreibung ist das Video, wir wurden eingesperrt. Von so einem Arschloch, der ist einfach zu uns gekommen, hat uns da reingepackt, wenn wir geschlafen haben. Ja Leute, jetzt sind wir mal da ohne Essen, wir verrecken noch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und let's go! Okay, jetzt fangen wir an Leute. Ich würde sagen, mein kleiner Bruder fängt an. Ja, mit dem Lied. Nee, mein Bruder, ich kann das nicht gut. Langsam los, mach. Ich spiele eine Runde Battle Royale. Meine Mutter, nee. Ähm, ich bin noch sechs Jahre alt, also wunderte ich nicht. Ähm, wie waren die Arme? Okay, so hab ich schon verkannt. Also, mit einer Runde Battle Royale mache ich jetzt hier meine Hausaufgabe. Eine Hautaufgabe. Meine Mutter nervt mit Hausaufgaben. Hey Leute, lasst ein Like da und das ist mein erstes Video gewesen. Das schneide ich alles raus. Also dann. Please. Peace. Peace.